Die 90er sind ziel Da muss man wohl weitermachen mit den 90ern Aber das geht allein so schlecht Es gab ja so viele Boy-Groups und Girl-Groups Da kann man ja nicht immer alles alleine singen Und deswegen freue ich mich sehr zu einer weiteren Traditionsgröße zu kommen, die jetzt auf die Bühne kommt und mir hinterstuft Groß Applaus für Christoph Kaftan Da ist er Heute Nicht nur Co-Sänger Auch hier alles aufgebaut Mit dem Ole zusammen am Licht Groß Applaus für Ole Seit 4.35 Uhr Zum Glück hat er noch Unterstützung bekommen von Wolfgang Hesse Acker Der uns auch für Technik hier zum Fügen stellt zu einer unschlagbaren Kondition Aber jetzt wollen wir eigentlich zu unserem Song kommen Und zwar Natürlich, wenn wir zusammen was singen singen wir natürlich etwas von der besten Girl-Group die es jemals gab Denn das sind genau auch wir Hallo! Hi! So, ich würde mit dir gerne darüber sprechen was ich will, was ich wirklich, wirklich will Ist das ok für dich? Ich kann ja mehr, um das herauszufinden Lass mal kurz mal Mikro verhalten Und dann sagt Hit it! Die ersten haben sie schon erkannt Ich bin's gut Danke! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020